Garofoli bietet Ihnen außerdem ein großes Angebot an Schiebetüren für alle architektonischen Anforderungen. In diesem Fall eine auf der Wand auf einer Schiene aus Edelstahl montierte Schiebetür. Große Schiebewände aus Glas als elegante und lichtdurchlässige Raumabtrennung. Der Glastyp kann aus dem großen Angebot des Garofoli-Katalogs ausgewählt werden. Schiebetüren in der Wand, platzsparend bei engen Räumen, ohne auf Koordination und Stil zu verzichten. Die Trennwand zum Verschließen der Schrankkabine kann mit dem Panelsystem der Serie ANTA ausgeführt werden. Eine spektakuläre Realisierung mit großer stilistischer Wirkung. Die Schiebetüren von Garofoli gestalten auch die modernsten Ecken des Hauses. Das neue Schiebesystem kann direkt in die Rie-Gips-Konstruktion eingesetzt werden, sodass die Schiebetüren bündig mit der Decke abschließen. Wo erforderlich können diese Schiebetüren? Mit dem klassischen Blende-System direkt an der Decke aufgehängt werden, das in den gleichen Farben wie die Listenkollektion lieferbar ist.